Keine Ahnung, die Chance ist so groß, wie lange nicht mehr in München wirklich ernsthaft was mitzunehmen. Und ein Moinsen zum Vorbericht zum Spiel gegen die Bayern am Samstag 15.30 Uhr. Endlich wieder ein Südschlager, der, glaube ich, seinen Namen verdient hat. Die Bayern, ne, sind halt die Bayern für die Liga quasi überall an. Nur im Pokal gepatzt, gegen Kiel rausgeflogen, aber in der Champions League läuft es auch weiterhin. Wir haben gestern ja auch weitergekommen gegen Lazio Robben, sehr, sehr solide. Und haben da halt auch da vorne drin mit Lewandowski eine abartige Maschine, die tatsächlich auf dem Weg ist, den Rekord von Gerd Müller zu brechen. 32 Tore hat er geschossen bisher, dazu acht Vorlagen. Und Gerd Müller hatte, wie gesagt, in der 71er, 72er Saison 40 Saisontore. Das heißt, vom Schnitt her ist Lewandowski voll auf dem Weg. Heißt auch, zwei Stürmer am Samstag, die auf Rekordjagd sind. Weil Kalajic hat den Rekord von Bobic eingestellt, könnten aber mit weiteren Treffen natürlich überholen. Mal sehen, ob das in München möglich sein wird für den Sascha. Sonst hat man so ein bisschen trotzdem das Gefühl, gerne den Vorbericht von gestern nochmal hören oder anschauen. Keine Ahnung, die Chance ist so groß, wie lange nicht mehr in München wirklich ernsthaft was mitzunehmen. Da die Bayern schon, ja, werden wahrscheinlich auch die meisten Bayern-Fans zugeben, einen Ticken schwächer sind als letzte Saison auch noch. Du hattest auch ein 1 zu 1, was sich Bremen abgerungen hat in Bayern. Du hattest ein 3 zu 3 gegen Bielefeld zu Hause. Vielleicht ist da dann tatsächlich was drin, aber natürlich immer noch ein bisschen Hoffnung, weil, ne, oder sehr viel Hoffnung. Du fährst halt immer noch nach München. Die nächsten Spiele der Bayern sind dann wir natürlich, ne, und dann kommt die Länderspielpause. Danach kommt Leipzig auswärts und dann noch Union zu Hause. Und am Freitag, was auch interessant ist für die Bayern, Freitag, also morgen, ist noch die Champions-League-Auslosung. Letzte direkte Duelle ist natürlich in Bayern immer, ja, nicht so interessant vorzulesen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber wir hatten ein 1 zu 3 im Hinspiel in Stuttgart noch, das auch schon wirklich sehr eng war, ne, muss man sagen. Am Ende hat es dann halt wieder die individuelle Klasse getan, auch ein bisschen das Spielglück. Siehe die Szene zum 2 zu 1 oder zum vermeintlichen 2 zu 1, die Szene mit dem vermeintlichen Foul an Manuel Neuer. Hoffentlich passiert uns sowas am Samstag nicht nochmal. Kein Bock auf irgendwelche großen Schiedsrediskussionen oder sowas. Das ist, keine Ahnung, ist mir langsam leid, vor allem als VfB-Fan. Sonst natürlich hat man das 2018er-Spiel, letzter Spieltag in München, noch vor dem Kopf. 1 zu 4 haben wir da auswärts gewonnen. Ja, davor halt dann 2010 das letzte Mal was Zählbares in München mitgenommen. Natürlich war es auch ein Sieg damals. Spielen irgendwie selten Unschied in München. Aber sonst sind die Voraussetzungen recht klar, dass in München normalerweise selten was zu holen ist. Tabellensituation, wie gesagt, bei Bayern natürlich erster Platz. Das ist ja fast mittlerweile nur noch langweilig. Wir auf Platz 8 und ja, die Leipziger am ehesten dran an den Münchnern. Auf Platz 2, 4 Punkte in der Bayern und haben ja nach unserer Länderspielpause das direkte Duell in Leipzig. Das ist auch der einzige Gegner mit Leipzig, der den Münchnern irgendwo quasi in den Rang abgelaufen ist. Also in der Heimtabelle sind die auf Nummer 1, da hat die Bayern nur Zweiter. Die Bayern natürlich in der Auswärtstabelle dann eben weiterhin Erster. Wir sind Vierter in der Auswärtstabelle, deswegen macht man sich ja auch so ein bisschen noch mehr die Hoffnung, dass vielleicht gerade auswärts was zu holen ist in München, wer weiß. Trotzdem 22 Punkte hinter den Bayern. Wichtiger für uns auch natürlich, dass wir nur zwei Punkte hinter Union auf Platz 7 sind. Und natürlich weiterhin sind wir sensationell weit weg von den Abstiegsrängen. Kommen wir zum Startelf-Tipp. Habt wie immer natürlich die PK so ein bisschen auch Twitter verfolgt, also die Tweets, die der VfB dazu rausbringt. González, wie auch schon zu erwarten, war wieder voll im Training. Hieß auch erst eine Option für das Spiel am Samstag. Mal sehen, wie mit ihm geplant ist. Ich kann es mir aber fast nicht vorstellen, dass er wirklich von Beginn an ran darf. Einen Einsatz von der Bank aus kann ich mir sehr, 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 sehr gut vorstellen. Weil er wahrscheinlich auch heiß wie Frittenfett ist auf dieses Spiel. Aber ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass er in die Startelf rückt. Ähnlich bei Ahamada. Der wurde ja auch gelobt. Man könnte da natürlich auch eine defensivere Ausstellung wählen, um den Karasot drumherum. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er das wirklich macht. Im Hinspiel hat er ja auch mit einer Viererkette gespielt. Weiß ich, ob er so einen Move bringt. Deswegen wünsche ich mir da eher, dass er eben mit Ahamada startet. Von Beginn an, dagegen hoffen, haben wir auch ein starkes Spiel gemacht. Sonst wird die Elf wohl so bleiben. Weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass ein Förster oder ein Castro raus muss da vorne. Hat es ja öfter so gemacht, gegen die Top-Teams Dortmund, Bayern und Frankfurt. Eben mal mit einem Koulibaly zu überraschen, mit einem Klimovic zu überraschen. Aber ich sehe es gerade nicht. Auch in die Richtung von Never Change Running System. Ich sehe es gerade nicht. Deswegen bleibt die Aufstellung quasi gleich. Nur, dass eben Mangala erstmal durch Ahamada ersetzt wird. Und González, glaube ich, rechtssicher zu seinem Einsatz kommen wird von der Bank. Und zum Schluss, wie immer, die Prognose. Man kennt es und auch bekannt. Voting wird es wieder geben im Community-Tab. Sehr gerne abstimmen. Natürlich sehr gerne. Noch ein bisschen detailliertere Meinung dazu bringen in den Kommentaren. In den Kommentaren zum Community-Tab. Egal wo. Ich werde es sehen und lesen. Ja, also normalerweise nimmst du halt in München nichts mit. Sind wir mal ganz ehrlich. Man hat aber halt diese Saison wirklich, wie schon gesagt, wie lange nicht mehr. Ja, die leichte Hoffnung, dass man irgendwas mitnehmen könnte in München. Vielleicht einen Punkt mit einer guten Leistung. Wir haben schon gute Spiele abgeliefert gegen Dortmund, gegen Gladbach, Leverkusen. Auch gute Spiele in Wolfsburg gemacht. Oder gegen Leipzig, um es mal welche zu nennen. Wobei sie auch verloren haben zum Beispiel. Aber die Leistung haben wir immer vollkommen in Ordnung gegen die Teams da oben. Deswegen, wer weiß. Mit diesem VfB ist zu rechnen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, auch die Bayern werden uns nicht unterschätzen. Aber wenn man es halt realistisch angeht, realistischen Tipp nimmt, dann wird es wahrscheinlich wirklich recht ähnlich sein wie im Hinspiel. Du wirst dich nicht abschlachten lassen. Das glaube ich einfach nicht. Wird lange eng bleiben. Lange vielleicht 1-1 stehen, 2-1 stehen. Dann kriegst du vielleicht nochmal am Ende das 3-1 wie eben im Hinspiel. Ähnlicher Verlauf da fast. Und dass halt die Bayern am Ende das Ding wieder mit ein bisschen Matchglück bestimmen. Bisschen oder sehr viel individueller Klasse. Vor allem das Ding am Ende halt entscheiden werden. Das heißt, der normale Tipp wäre halt ein 3-1. Auf den scheiße ich jetzt aber. Wir machen jetzt den Fanbrillentipp einfach. Scheiß drauf. Ich tippe auf ein 2-2. Wir sind in Euphorie. Wir haben Hoffnung. Nur im Hinterkopf waren der realistische Tipp waren 3-1. Ich packe aber hier trotzdem als offiziellen Tipp die Fanbrille aus und tippe auf ein 2-2. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in weiteren Videos im Stream und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.